Bei unserem Zaun wurde eine Änderung gemacht. Man kann es jetzt nicht sehen, aber wenn ich ranzoome, dann kann man diese Stacheln erkennen. Yep, wir haben sie deshalb drauf gemacht, weil uns die Tauben immer hier reinscheißen. Aber mit diesen Stacheln, wenn sie sich dann draufsetzen, werden die dann untenrum eine spitze Überraschung spüren. Und für alle, die jetzt denken, ist es nicht Tierquälerei, ich möchte euch sagen, durch Massentierhaltung und die Herstellung von Leder werden viel mehr Tiere rumgebracht. Also, dieser Zaun ist ein Vorurz dagegen.